du bist der Flüchtlinge und und Rommel kommen zum Motto Bettro schaden und Schockschwunsch zwölf Prozent Plus zweimal mehr Pepske zwölf Prozent Feuerrat zu den letzten Prozent nicht das ist nicht richtig das ist gut wenn ich jetzt noch nicht schon mal ausbauen bisschen das Leben wird möchte ich hinter der Werke ist geschlägt im ausreichlichen Schaden ich muss nur die E-Kurzzen die in der Sonne 17 die Bieter und die und sogar eine Krise ich dass mir nur noch ja so jetzt kommt die Schnellmier und wir sagen die Liss-Karrenatel dem ist wo ich werde sein da rein obwohl der Scheiße doch auch ich muss sehen das schweiß ich mich auch über die Kassen hier und hier ist hol sie und dann links was ja wo ich bin what the fuck was ist es deins der stand hier rum hol sie runter Moritz zu da muss noch eins das muss ich nehme es an der er will ich es in uns ich will mir das tun in spieler er wurde rausgeschüttet ja wir machen jetzt so schnell weiter hätte mehr Polenzialer mit geschützt zu spielen ich glaube es wird kommt er das kann zu vergessen Bützchen ich habe schon wieder voll die versteckten Sachen gefunden wort da äh wo bist du das muss er hier weg alter ich sehe ihn nicht mehr die wirken mit Fässern die Typen oh Philipp ich bin ja um ein Buch na du musst so hoch schon es kommt hier nicht hin glaube ich ach ich glaube es schaffst du ja das schaffst du locker Forster, oh Gott nein nicht ja das schaffst du locker oh Gott nein das schaffst du doch nicht so ein Vorteil jetzt bin ich wahrscheinlich wieder voll nah dran wo wir eigentlich hin müssen ja ja guck mal hier ist ein Automat travel ich bin mal zum Anfang wieder nein schalte Zugangspunkt 2 ein aktiviere das Turnierbrett geil wäre wenn wir jetzt erstmal so schach spielen müssten aktiviere das Turnierbrett schach masterie so aktiviere das Turnierbrett nur ein alter tor ich habe zwei salben schon verballert ich muss hier irgendwie einen Schutz los los longbow schütz los robo jock na es schildert eine du hast sie gestrottet alter ich finde aber immer noch zu dass das hier komisch ist dass man leicht die Übersicht verliert wenn man zum Beispiel wir schießen ja beide glaube ich mit Explosionswaffen manchmal ne ja und dann kriegst du echt gar nichts mehr mit die Explosionswaffen von mir macht halt einfach immer Schaden vor und nicht ganz so viel mit uns zu tun also naja Wutschaden mit dabei macht sie keine Inbyschaden mehr die Liga zu machen die Liga die Liga er muss sich mit der krassen die Läden die DOS Kurs die Probe auf die Schöne die 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 – – klar wenn du meinst klar wenn du meinst skr woher skrxel alter neun sie müssen jetzt gegen solche scheißfächer und ob die ausmesslich da gab es aber echt nur die gegner und die banditen und es wird irgendwie nicht langweilig ich hab da idealen platz für mein geschäft gerade hier ist immer längst lang ja der Platz ist genial ich geh mal links lang noch das war jetzt scheiße ok links sind auch Viecher geil ich hab mal den Fack gefunden man wow fliegeviech mit strom mit strom es geht hier gerade ab bitte ich seh nix mehr ich seh nix mehr alter hier sind irgendwie 5 was ist das denn für ein Roboter alter wenn du wüsst was hier gerade abgeht alter wenn ich mich in deine Richtung drehfängst nur übel zu haken ja ich weiß nicht wie die Roboter hier sind ich seh nix mehr was ich steh auf mir sofort wie er tut und jetzt wollen die ganze Zeit mehr das läuft echt nicht so mega flüssig das läuft echt nicht so mega flüssig ich hab's nicht geschafft bist du auch gekommen? ach du bist der Bruder ach du bist der Bruder boah oh Toad Treasure One Hit hat er welchen Mund alter was soll das denn nein jede Waffe nachladen jetzt nicht im Ernst nein ich bin down oh war das knapp it's tricky okay trickle 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 es ist noch war da vorne wie eine Kaufstation nö nur ein ein Explorator nr perlue 3 2020 intensiv das kann ich mein Name ist 2020 schlosslofter Hauptножler Groen und mucho viele den herren wenn es in Berthesma Vorka und das ist nicht zu wählen in der Ruhr und schild mit 1000 300 36 das ist trotzdem zu retten die Böden ja 4 von Köln Worte ich bin aber ich glaube ich kriege ihn auch ich habe ein Schild das hat 1036 oder so oder für minus 200 irgendwas Leben aber das summiert sich mehr ich habe insgesamt mehr und man ja kennst du die Rechnung so jetzt geht es ab hier warte gibt es hier irgendwie einen Einkaufsstand scheiß drauf nicht scheiß drauf oder das zumindest die ganzen Waffenkisten die ganzen Munitionskisten das mache ich die ganze Zeit ich weiß auch nicht wieso die ganze Zeit Dings da hast wir müssen ja auch nur einen Schalter gewinnen erreiche das Turnierbrett und die das die 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 Missionen wer für uns nehmen ich bin es schade als das Kulte von der Richtigkeit müssen gehofft hat es ist immer so auch in der Gegend ganz also auch welche kommt bestimmt wenn wir es durch haben der Komplamilien kommt ich glaube ich dass wir wieder raus müssen oder er wird müssen scheiß geiles Ding und es ist das das besser als Mainz so kann sich nicht beschweren das ist niemals das ist besser als auch eins was tauschen welchen zu haben das und mit dem Leben die ganze geschossen hast ja nun ist das ist schlechter ist dass du vielleicht jetzt gesehen was das ist sogar schnell deshalb es ist nicht so ein bisschen schießt nur klar vorliegen Alter das ist nicht schneller wie sie verarschen es war in allen Werten besser aber ich habe schon zwei Slack-Waffen, dann hätte ich nur Slack-Waffen 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 enn, boy, 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 boy Korin, wir müssen zurück, ich bin mir aber nicht sicher ich sehe da hinten keinen Kreis du bist los du bist los du bist los über dunkel jede geht ich habe jetzt blitz und feuerschaden und explosiv mit dem raketenwerfer wenn ich hätte ich habe slack slack exklusiv auch eine längst wurde jetzt bei ihnen an der umgegeben worden